Hi, wir sind's, John und Rashid und wir essen heute eingelegtes Gemüse, was seit 24 Jahren abgelaufen ist. Mixed Pickles! Die Verpackung. An sich sieht das Glas sehr gepflegt aus. Also man könnte es auch heute noch so im Laden kaufen, wenn nicht dieser kleine Ritz wäre, wäre der 92, also das heißt seit 24 Jahren abgelaufen. Ich wollte nicht mal essen, wenn es frisch wäre. Echt? Ich finde es ganz lecker. Wenn man sich die Rückseite anschaut, dann kann man ins Glasinnere schauen und als erstes fällt dir natürlich irgendwie ein Maiskolben auf, der nicht mehr wirklich ein Maiskolben ist. Der ist grau. Erinnert eher an so ein Meeresungeheuer. Loch Ness ist ein Scheiß dagegen, das ist der kleine Bruder, hier im Glas, okay? Wir machen das Glas auf! Ich habe ziemlich schwitzige Hände gerade. Okay, Rashid macht's auf. Rashid hat's auf. Schlüssel haben wir auch schon da? Yo! Oh, du Dreckschwein eh, Alter. Lass doch mal kurz warten erst mal. Es ist? Willst du einen Schluck? Nee, probier doch erst mal. Okay, ich kipp's einfach in die Schätze, komm schon. Jetzt geht's ans Kosten und wir fangen natürlich bei Jonny an, der schon den Eimer in der Hand hat, also wenn einer brechen muss, dann... Es ist sauer. Es ist einfach nur todes sauer. Ey, die sind seit 24 Jahren abgelaufen, okay? Ja. Dieses eingelegte Gemüse. Seit 24 Jahren. Und ich sag dir ganz ehrlich, gib mir ein bisschen Brot dazu und den kann man essen. Das ist vollkommen okay. Wer noch ein Glas in seinem Schrank hat, was von 92 ist oder vor 92, Mixed Pickles von Kaufmann, ich kauf's. Mann. Mann. Das waren 24 Jahre abgelaufene Mixed Pickles, wenn's dir gefallen hat auf jeden Fall Daumen nach oben dalassen. Oh, Entschuldigung, da kam ein bisschen Essig noch. Gerne in die Kommentare schreiben, was wir noch so essen sollen und wenn das hier vorbei ist, bei mehr Ansehen, checkt die anderen Videos auch noch. Bis dann. Mach mal so, hab. Er ist so ne Robbe, ey. Drei, drei. Drei?